Ah yeah! Ah yeah! Was geht, meine Lieben? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist unsere Rafting Tour und ganz andere spezielle Sachen mit am Start. Den ganzen Tag wird in Anspruch genommen, weil die viele verschiedene Aktivitäten starten. Die Buggys. Pony. Wir sind hier auf jeden Fall im Wagi drinnen, Friends. Gleich geht's los. Was sagt ihr, Freunde? Ich höre es euch. Erster Eindruck, es macht max. Spaß, Digga. Und ich hoffe, da kann man richtig Gas geben. Werbe ist driving, Digga. Auf geht's, Freunde! Maximaler Spaß. Jetzt haben wir kurze Pause. Die Hälfte ist auf jeden Fall jetzt Toni dran. Der Driver. Guck mal hier. Deine Arme haben, Bruder, komplett in Matsch, Digga. Bein T-Shirt auf. Ich hatte eine maximal dicke Spinne an meiner Hand. Ich habe sie gecheckt, am Ende gesehen. Eine Frage. Wirst du jetzt zu Spider-Man, Bruder? Noch nicht, Digga. Noch hinten, Digga. Stark. Den lassen! Den lassen! Ah! Alter! Ah! Der Ball vom Kreis! Oh, Daniel! Bagi-Tour fertig, Friends. Maximal, wie ihr seht, komplett dreckig. Das Wasser ist im Mund rein. Spinne auf meinem Körper. Die Stimme leicht weg vom Schrein. Er war richtig geil. Und jetzt geht's weiter zum Rafting. Ah, je. Das Menü. Es geht zum Rafting. Seid ehrlich, wer sieht fresh aus. Wir sind doch da, meine lieben Freunde. Wo sind wir? Wir sind doch in Aranha, Digga. Schön hier. In den Bergen, Digga. Schau dich mal diese Natur an. Ich glaube, dass sowas schön ist. Die Sonne knallt. Die grüßt mich gerade, Digga. Maxi, man. Ihr lebt mich was. Das sieht so geil aus. Und gleich mit dem Boot da runterbrettern. Ich glaube nicht, dass wir da runterbrettern, Bruder. Aber nicht da. Das ist die Showwatch. Wir haben da Ferryfing, Digga. Oh, Bruder. Von mir ist Max, Digga. Halt euch selbst den Blick. Was sagt die Digga? Hey, es geht los. Passt in Ape. Wir sind doch da, meine lieben Freunde. Schön Raftingboot am Fluss Anje. Zwei deutsche Freunde auch am Start. Deutschland. Was ist dein Name? Bernhard. Bernhard? Nice to meet you, Bernhard. Total name. Total name? Ja, total name. Bernd, Abi. Bernd, Abi. Mach ihn den saftigen. Komplett abeskaliert. Links! Links! Vorwärts alle! Vorwärts! Oh nein! Oh nein! Oh! 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 Digga! Kommt jetzt rückwärts rein! 1, 2, 3! Höhep! Yes! 1, 2, 3! Mach ihn! Oh! Oh! Harjep! Oh! 2, 3! 1, 2, 3! Wir sind maximal saft. Alle hier! Komplett im Mund, Digga! Freunde, das war die saftige Tour. Wir sind jetzt auf der Heimreise mit Toni. Wir sind maximal müde, maximal Hunger. Es war sehr, sehr krass dieser Tag. Es ist eine maximale 10 von 10. Ohne wer noch da war. Was sagst du, Toni? Protagen ist es auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Geil. Empfehle ich auf jeden Fall, jeden anderen diese Tour zu machen. Checkt's ab, was soll ich sagen? Freunde, abonniert die Kanäle. Ihr kennt mich, ich kennt Toni. Abonniert sie. Auf den Kuss.